Pest euch Allah, ich mach deine Max. Da gibt's auch nicht dran zu rütteln. Du Schlitzohr, ach man. Freut ihr euch auf Weihnachten? Seid ihr hyped? Oder ist es einfach ein Tag wie jeder andere auch? Habt ihr Bock auf Weihnachten? Sagt mal. Ich wambo, du wambo, er wambo, er sie ist wambo. Oh, normaler Tag. Also macht ihr auch nicht spezielles von wegen Art, Familie gehen oder so. Tag wie jeder andere auch. Ja. Als Kind war das halt geiler, man. Aber jetzt ist man da ja schon rausgewachsen. Wie aus zu kleinen Schuhen. Man kennt ihn. Watteschild. Alter. Verteidigung mal drei. Ne, auf Weihnachten machen dann alle auf den letzten drei Tage später absolut behindert, die Leute. Stimmt. Stimmt. Es gibt Gurus, Ka, wie man das schreibt. Gurus. Was für Gurus, Mann. Gurus, Gurus, kein Plan. Tanks, X. Meinst du das, zu essen oder was? Ich glaube, du meinst, ich weiß nicht, was du meinst, aber wenn du das meinst, was ich denke, dann XDDD HD Pro X HD Lul. Omega Lul. Dann einfach PP, GYRUS, ja, das dachte ich auch, Digga, ist was Geiles zu essen, ja, da muss ich los. GURUS. GURUS, Bruder. Da muss ich los, Bruder. GURUS, Digga. GURUS, Digga, geil, Mann. Ich pack's nicht, Mann. Ich pack's nicht, Mann. Ich pack's nicht. Ich pack es nicht. GURUS. Mit Chips. Und Schokolade. Und Schokolade auch, Alter. Schokolade, Alter. Chilli Chips. Scheiße, Mann. Chips mit Gurus zusammen, Alter. Ja, da muss ich groß, Digga. Chips mit Gurus. Chokolade, Mann. Chokolade, Alter. Passt, Mann. Was soll ich dir? Soll ich dir was sagen? Oh, nein. Ja, bitte, bitte, hau raus. Ich will nicht wissen, was jetzt kommt, Alter. Ich hab Angst. Ich sag ein Wort und du musst lachen. Ich bleib jetzt ernst. Ich bleib ernst. Du willst safe links mich jetzt nicht zum Lachen. GURUS. Scheiße. Du hast es wirklich... Du hast es einfach geschafft, Alter. Props gehen raus. Props gehen raus. Ey. Wie kommt man denn aufs Scheiß-Gurus? Wie kommt... Ey. Oh, Gott. Digga, hat dann auch der Scheiß-Fisch dahinter, Mann. Ey. Scheiße, Mann. Ich bin... Ich bin... "... Vielen Dank.